Auf welche Renten muss ich keine Steuern zahlen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie müssen grundsätzlich auf die Renten keine Steuern zahlen, die Sie mit dem Gesamteinkommen der Renten den sogenannten Grundfreibetrag des jeweils geltenden Jahres nicht überschreiten. Und es gibt besondere Rentenarten, die grundsätzlich von der Besteuerungspflicht freigestellt sind. Erstens, das sind Renten zum Beispiel aus Lottogewinnen oder Renten wegen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit. Oder Sie haben einen Verkehrsunfall erlitten und bekommen dort eine Schadensersatzzahlung oder Schmerzensgeld und irgendwelche Renten gezahlt. Das ist auch freigestellt. Und nicht zu vergessen, die vielen gesetzlichen Opferrenten, die es gibt, zum Beispiel für die Leute, die in der DDR im Stasi-Knast gesessen haben oder Impfschäden erlitten haben oder wo die Menschen, die Opfer von Gewalt usw. geworden sind und die dort Renten bekommen, die sind grundsätzlich von der Steuerpflicht freigestellt. Näheres zum Thema Steuern und Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.